Vier Jahre dauert das nun schon mit IS, hä? Ist das nicht vor IS? Internationale Schuldenkrise. Und mittlerweile hat man ja den Eindruck, es ist nicht bloß das Geld auf der Flucht. Ist das nicht Wahnsinn, was hier alles herrammelt? Manche reden ja schon von einer Völkerwanderung. Also, da kann ich Sie ein bisschen beruhigen. Die letzte Völkerwanderung, die dauerte 400 Jahre, bis der letzte hier war. Also, so gesehen ist das hier erst der Anfang vom Ende. Und am Ende musst du dich ja fragen, wenn das hier so weitergeht, Leute, wofür hat Deutschland zwei Kriege geführt, wenn sie nun doch alle kommen? Und alle, das dauert eine Weile. Ja, früher konnten wir noch die Weltkriege alleine führen, und jetzt müssen wir bei den Amis betteln, dass wir mitmachen dürfen. Da haben Sie schon recht. Da haben Sie recht. Aber, Leute, was ich nicht verstehe, alle wollen hierher. Ich will da auch nicht zu dir. Ich verstehe das nicht. Ich sage immer, wenn ich einen Ausländer sehen will, fahre ich dorthin. Früher nannten wir sowas Urlaub. Ganz einfach. Und wir müssen uns doch nicht vormachen. Wir können Sie ja auch gar nicht aufhalten. Es ist doch keiner da. Was denn für eine Armee? Das sind Teilzeitstreitkräfte. Leute, die sind in der halben Welt unterwegs, bloß nicht daheim. Und unsere Mauer ist ja auch weg. Mensch, was hat denn wir für eine herrliche Mauer? Wo ist sie hin? Und die hat gehalten. 40 Jahre! Ja, 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 ja.